Die ersten Kandidaten, die wir jetzt hier rüber rufen, die haben uns überzeugt mit Individualität. Sie haben sich was Neues, Besonderes ausgedacht und das hat uns überzeugt. Das sind die Uptown Monotones. Die Uptown Monotones mit dabei im Halbfinale. Auf Wiedersehen. Flop, 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 rüber ins Studio. Ja, voll geil. Leider geil sag ich nicht, aber voll geil. Kommt zu mir. Ich freu mich so für euch. Gratulation. Kommt zu mir, Jungs. Ihr seid die ersten Halbfinalisten. Ihr seid so was Erfassungslos. Stellt euch zur Seite, entspannt euch ein bisschen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf eure nächste Performance, dann im Halbfinale. Applaus für euch. Also hat schon mal höchstmusikalisch begonnen, Silo, ne?